Hallo und herzlich willkommen wieder zum Arma 3, The East Wind, gerade auf Patrouillen. Wir wollten ja eigentlich bei dem Helikopter wieder anfangen, aber ich bin hier eingefahren. Das ist ja mal was ich gefunden habe. Elite Warriors. Worse to seek and destroy your position at the moment we believe they are located. We are the recently decimated two of our squad teams. Also wir schalten jetzt ein paar Supersoldaten aus. Oder sie schalten uns aus. Und wir laden und dann schalten wir sie aus. Ich habe kurz gedacht, dieser Schatten wäre schon irgendwas. Wir parken. Wir speichern. Wir sollten nicht vergessen, wir müssen immer speichern. Speichern ist immer gut. Und jetzt suchen wir ein Special Squad. Das wäre zu offensichtlich. Wir sind bestimmt in der Kirche. Da ist unser Squad Team. Ist ja gut hier. Seid ihr hier drin? Ihr habt so runtergeschossen? So wie sie das gerade gemacht haben? Da wollte ich das zeigen, was sie machen. Und sie machen es auf mich. Ich bin mal wieder 1a. Aber wir wissen, wir hatten recht. Wir wissen, wo sie sind. Wir wissen, dass ich im Krieg auf jeden Fall nicht überleben würde. 100% 100% Das ist mir. Stopp, Kille. Noch mehr? Noch mehr? We got one spec up, yes, but what about the second one? Stand in the thing, two teams. Coinforce, no. We got one spec up. We got one spec up. We got one spec up. Was sind noch mehr? Seht ihr, seht ihr? Ah ne, ich habe gerade gedacht, hier sind die Fenster zerschossen, dann sind sie vielleicht da, aber die Fenster sind hier überall zerschossen. Dann sind wir vielleicht zum zweiten Scout-Team. Sind die nicht hier drin gespielt, obwohl die hier drin sein hätten sollen? Schauen wir mal auf die andere Seite vom Town. Daher nochmal, just in case. Ah. Mute da drum. Wegen dem Auto. Das bestimmt. Und. Hm. Explodierte Autos, die sie untergestellt haben. Lies. Nein. Sag ich falsch. Ich darf falsch. Wer bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, mein Freund? Ich will nur dich töten. Äh. Ne. Sieh, sie haben zwei von unseren Teams ausgelöscht. Eins haben wir gefunden. Wahrscheinlich, wenn wir das zweite sehen, wissen wir auch ungefähr. wo die sind. Die restlichen. Die restlichen. Trotz, wann können wir hier nicht einfach so ein paar. Trompen fallen lassen. Wäre es nicht einfacher, hier einfach einen Parkplatz draus zu machen. Gefunden. I found the bodies. Ist da einer. Aber das ist nur ein Loch in der Wand. Das ist nur ein Loch in der Wand. Aber da ist einer. Trotzdem ist da einer. Sniper. Seventy-five meters. Back. Back? Was heißt hier back? Ne. Das war ein Sniper. Werden hier noch mehr sein müssen? Hä? Wir haben jetzt vier. Ja, vier. Vier special forces guys haben wir gekillt. Du bist tot, oder? Wie soll ich jetzt noch mehr finden? Komm. Das wird jetzt langsam. Excessive. Also. Wenn man hier ist, dann hätten die geschossen. so. Soll ich noch mehr Leichen, oder sind die einfach random jetzt irgendwo? Oh. Oh. Und da ist noch was. Nee, nee, nee. Hm. Ich meine, wir haben die Hälfte vom Town ja fast abgesucht. Sind die wirklich in der Kirche? Die haben die Kirche vermint. Die Schweine. Ha, verminen die einfach eine Kirche. Ah, ich hab die Dose. Ich hab gedacht, diese Dose wär irgendwas. Warte, ist just die Dose. Und jetzt? Ey, man sieht sich gleich wieder, wenn ich weiß, was hier passiert ist. So. Also machen wir grad weiter. Ich hab jetzt eigentlich den Rest abgesucht. Einziger Platz. Den ich noch nicht wirklich gesucht hab. Wo es doch vielleicht logischer wär, so was zu finden ist hier. Also. So. Ja, wir waren hier. Nee, das ist ein Explosive Resistant. Okay. Doch nicht. Ja, okay. Basic stuff. Uh, Minen, ja. Nee, das ist Duck Tape. Es ist hier wirklich so eine schlaue Idee, Minen aufzustellen mit, äh, allmöglichen an Tieren hier rumliegen. Äh, rennen. I don't know. Kann ich nicht wirklich sagen. Ähm, wir sehen uns dann gleich wieder beim Helikopter. Bis dahin. Ah, nach langem herfahren, langem suchen. Nachdem mich irgendwo dahinten ein Tank, äh, äh, eher mich gefunden hat. Und ich noch ein paar Mal da, APC und so weiter, alles, äh, äh, alles mich getötet hat. Guck mal, was ich hier sehe. Seht ihr das auch? Raucht's. Dahinten war einfach ein fucking Tank. Der hat mich so schnell weggemacht. Jetzt... Gehen wir hier ganz entspannt hin. Alles wird gut. Ignorieren. Das, was wir ignorieren können. Oh, können wir das ignorieren? Was ich mal? Was ich mal? Mann, 300 Meter, South. Mann, 100 Meter, Front. 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 Natürlich können die Bots, ähm, durch das Ding schießen, durch den Zumau, was wir nicht können. Jetzt hat sich grad gut angefühlt, mit dem MG zu pushen. Ich glaub, in AMA ist es manchmal besser, wenn man eine schlechtere Grafik einstellt. Das Gras nicht zu sehen, um weniger Smoke zu haben, was, was kannst du tun? In der Stadt ist meine Position. Oh, ich habe ein Auto. Helikopter. Was soll ich jetzt hier tun? Game saved, okay. Wir können wahrscheinlich nicht reparieren und dann fliegen. Ach, wir haben nur verified, okay. Wer sagt mir, dass das jetzt nicht, äh, unser... Bitte sagt mir nicht, dass das unser Auto war. Das war unser Auto. Nikas, dismelt! Okay. Ähm... Ich lade das jetzt nicht neu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Hauptmission weitermachen. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr Spaß hattet, lasst jetzt ein Like und nettes Kommentar da. Das könnte ich jetzt echt gebrauchen. Ähm... Ja. Man sieht sich beim nächsten... Man hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao! Ciao, ciao.